Diese Förderbänder bringen uns bestimmt in Sicherheit. Nun, da geht auch dieser Plan dahin. Möchtet ihr hier nochmals verhandeln? Mit Vergnügen. Boah, Alter. Ja, weiß ich nicht, ob ich mich verhandeln will. Ich auch nicht. Das ist ein bisschen beschossen. Ja, im Übrigen sind auch Zielscheiben, die man treffen kann. Die Gegner, meinst du jetzt? Nee, auf dem Laufband. Achso. Aber die kann man nicht kaputt schießen, die Fässer. Ist ja nicht zu fassen. Wow, kannst du jetzt bitte damit aufhören? Ja, Entschuldigung. Ich versuche ja gerade... Achso, da, genau. Diese Dinger kann man anschießen. Ja, ich stöpfe halt. Wenn sie unsere Hilfe gebraucht hätten, hätten sie... Ah, 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 ah. Was ist noch da, denn da? Ach, die ist weg. Oh, nein. Okay. Oh, nein. Hä? Müssen wir... Achso. Wie, was? Ja, gut. Dann, ähm... Ja, das finde ich aber jetzt nicht okay. Nee. Das mache ich mir jetzt hier. Ich kann mich teilen. Achso, die kann ich immer wieder aufbauen, die Dinger. Ja, okay. Ui, ui. Ähm... Ähm... Ja. Kann ich... Ich kann nicht wechseln. Wie du kannst... Ich bin nicht wechseln. Ja, ich habe nur C3PO und R2D2. Was soll das denn? Ja, der war mir da nicht. Ich bin nicht hier runter. Ich laufe Panik hin und her. Nein. Was mache ich denn mit dem? Ach, Leute, ich müsste aber manchmal umdrehen vielleicht. Oh, ich müsste vielleicht das Ding zerstören und... Ja. Ähm... Ich habe es gebaut. Schön. Ähm... Ja. Ich dachte, ich mache auch mal was. Ich kann mich aber nur ran als, äh... Als böse mich. Ja. Und dann kann ich nicht wechseln, so wie es aussieht. Momentan nicht. Wir müssen einen anderen Weg finden, um diese Energiezelle aufzuladen. Ja, ich mache hier schon. Also, ich bin ja schon drüber. Ich habe es auch verstanden. Ich bin gleich soweit. Okay. Das ist gut. Bipo, Bipo. Zwei italienische. Ja, ich brauche kurz was auf. Warten Sie im Moment. Bitte. Dann kriegen wir auch ein paar Talas dazu wieder. Ja, ich brauche mir sehr viel. Ja. Ah, guck mal. Siehst du da oben permanent die Leiste? Ach nee, doch nicht. Doch. Oh. Nein, geht gleich wieder weg. Also... Ja, wir müssen aber alle. Wir müssen alles zerstören. Alles. Ja, zieh aus. Und wo muss das hin? Ja, hier hin. Ja. Anscheinend. Kannst du das Ding hier irgendwo hinfallen lassen? Also hier zum Beispiel, wo ich bin? Ich kann dir das da... Ja. Damit du... Damit du das da drüben aufnimmst? Das kaputte hier? Nee, das kann ich... Volle. Ach so, das geht nicht. Das geht nicht, nee. Ah, ich dachte, dass du das irgendwie wechseln kannst, dass das da drüben aufgeladen wird oder irgendwie sowas. Das war jetzt so mein Gedanke. Aber okay. Das funktioniert nicht. Ich kann halt auch die Kamera nicht drehen. Also ich bin jetzt ein bisschen... Ach so. Kann. Ja. Ich kann doch da nichts weiter aufnehmen. Ja, nun. Also es hieß... Von C3PO. Du sollst irgendwie die Ladung aufladen. Ist sie jetzt aufgeladen? Ach so, ja. Ist sie doch jetzt dann. Ach so. Dann... Okay. Da wussten wir. Ja, natürlich. Also... Und einfacher. Das kann ich auch hier durch. Aber ich kann nicht. Kann ich immer noch nicht weiter. Doch jetzt. Warum von Obi-Wan nicht dann an einem sicheren und ruhigen Eur verständen. Wie? Kann immer noch nicht. Ich muss ja alleine machen. Ich bin ja jetzt gefangen. Lauf kann mir hoch. Ja, ich... Ich bin süß. Oh, Jesus. Ah! Aua! Arbeitet der hier? Arbeitet der hier? Aber ehrlich mal. Ähm, muss ich... Bist du noch da kommen? Ja. Ja, ja. Ich komme dann hier nicht hin. Ach so. Bin nochmal ohne gefallen. Ja, das ist okay. Ich kann ja nochmal zurückgehen, um zu gucken, ob ich da irgendwo noch so ein Kit... ...holen kann, weil da ist irgendwas. Ach, guck mal an. Wie komme ich denn aber da hin? Muss ich da... Ach so. Ah, hier goldene Kiste. Um offenen Spül muss ich wahrscheinlich denn da hin. Ne, da komme ich nicht vorbei. Ne, okay. Ne gut, dann muss das im offenen Spiel gemacht werden. Ja, man kann nicht hier wieder zurück. Komma! Ich kann ja nicht wieder zurück. Die haben mich verarscht? Da müssen wir was drin. Toll, das hat mich angezeigt, dass ich... Äh... Ich bin auf dem nachfangen. Ne, kann ich nicht. Okay. Vielleicht muss ich den aber auch... ...inschießen hier. Auf jeden Fall ging das. Weiß aber nicht, ob ich jetzt da rauf springen kann oder muss. Was? Wait. Hallo. Ja? Oder ist das hier dieser... doch nicht kann ich nicht mehr genau nicht angst ernst jetzt wo bin ich denn hier wenn die gute hat echt ich bin kein fall guter gibt sind aber So, den konnte ich nur aufnehmen. Bin gefallen. Ja. Wo bin ich hier jetzt wieder? Bipo, bipo. Bipo, bipo, bipo. Kann da auch nichts nehmen oder sowas? Wie? Weil es hieß, ja. Finden wir das? Welches Band denn im Wohnen? Ja, ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ja, also bestimmt, wo ich gerade bin, aber wie? Ja, ich bin ja hier gerade da. Ganz kurz zum... Rupert. Ach so, da. Musst du das vielleicht machen. Zumindest ist er bei mir ein Symbol, was sieben Meter weg ist. Oh, komm. Ach. Ja, gut. Ach. Scheiße. Ja, Druiden sind nicht gerade die Schlausten. Ja, das ist richtig, ja. Jetzt spiele ich auch einen. Ich hab was gemacht. Ja, stimmt. Davor irgendwas raus. Jesus Christ. Okay. Ach, nicht schon wieder. Ach. 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 Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Aber hier wird was geöffnet. Sehr gut. Ach. Ach. Ich bin hilfreich. Hey. 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 Du weißt ein bisschen merkwürdig aufgebaut. Nimm mal ehrlich. Hä? Aber hier ist Feuer. Muss ich da durch jetzt oder was? Warte mal. Ich muss hier nochmal drauf. Das muss ich mir nochmal genau angucken. Ich hab dich nach oben gefordern. Aber wie denn? Ach so. Muss ich jetzt hier? Na ja. Okay. Okay. Tolle Wurst. Ach so. Okay. Okay, das musst du hier. Was machen wir nochmal? Okay. Ah. Kann ich immer so bauen. Du hast einen Stein gefunden. Habe ich? Oh ja. Tatsächlich. Kurze Frage. Wie viel FPS hast du? Wenig? Wenig. 15? Ja. Ja. Okay. Habe ich auch. Also, weil hier passiert einfach zu viel. Ja, anscheinend. Also, das ist irgendwie... Das kann nicht an meinem Rechner liegen. Das ist... Wird von mir auch nicht. Okay. Ich dachte schon, das ist irgendwie so ein Problem. Weil... Ihr müsst ja wissen, auf 40 Parts... Wie spielt's über Remote Play. Über Steam. Ja. Funktioniert auch bisher super. Aber hier ist gerade echt der Teufel drin. Ja. Also, die ganzen Partikel und sowas alles, die Stirn dafür genommen. Ja. Ja. Oh! Wo? Wie? Wo muss ich denn jetzt... Ah, okay. Das ist wieder ein Weg für mich vorbei. Meister Anakin! 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 Ich versuche nur zu helfen! Ja, das... Was sind's denn denn des Wortes? So, ich bin auf der anderen Seite, oder wat? Ah, okay. Oh! Oh! Ah, ich glaube ich verstehe... Ne, ich verstehe nicht. Und? Willst du dich da nicht umhanden? Ah, okay. Ah, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ach, ich... Ja, gut! Na, kriegst du schon hin! Okay, da ist es hingekickt worden Oh, siehst du, ich kann das aber wieder aufbauen, ich will noch ein paar... Oh nein, nein, gar nicht Roger, roger Ja, guck mal an, obwohl du nichts machst, was du meinst So, ich kann aber wie gesagt hier nicht, da muss ich jetzt auf dich warten Na komm, lass mich das hier aufbauen Ja Jawoll Wir haben die zweite Leiste, voll Nicht von mir So, achso, hier ist noch einiges, was ich kaputt machen kann Okay, da hinten kommen die Viecher, die kommen immer wieder raus, okay Achso, hier vielleicht drunter Ja Oh, zu uns Das sieht gut aus Oh, kann ich jetzt... Ja, ich kann... Oh, Gott, vielleicht Das ist... Oh, das ist... Ja Ah Na toll Na ja, ich erinnere mich... Oh, R2 muss da hin Da kriege ich hin Ja Kriege ich hin Ich fahr schon mal los Lösgeschwindigkeit Sofort